Am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Cornelia Egger. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Frau Ministerin, dass die Förderung von biologischer Landwirtschaft für diese Regierung leider nur ein Lippenbekenntnis ist, wissen wir seitdem das Regierungsprogramm vorliegt. Zahlreiche Initiativen der SPÖ zum Ausbau der biologischen Landwirtschaft wurden entweder vertagt oder abgelehnt. Auch der vorliegende Antrag zur Einleitung einer umfassenden Biowende wurde von ÖVP und Grüne im letzten Ausschuss abgelehnt. Dies ist mehr als traurig, denn Sie sagen somit Nein zum mittelfristigen Ziel, über 50 Prozent biologischer Landwirtschaft in Österreich zu erreichen. Sie sagen Nein zur nachhaltigen Reduktion der Pestizidbelastung und der mineralischen Stickstoffdüngung. Sie sagen Ja zum Einsatz von gefährlichen Pestiziden, wohlwissend, dass sie den Menschen schaden und auch vielen Insekten. Sie wollen auch somit den Bäuerinnen und Bauern nicht beim Umstieg von konventionell auf Bio unterstützen. Sie sagen Nein zum Klimaschutz und auch zum Umweltschutz in der Landwirtschaft. ÖVP und Grüne probierten zwar mit einem eigenen Antrag diese ablehnende Haltung im Ausschuss zu verduschen. Doch wer sich den Antrag durchgelesen hat, der weiß, er beinhaltet leider keine konkreten Maßnahmen, keine konkreten Ziele. Er beinhaltet leere Floskeln, inhaltsleere Phrasen. Ein Ablenkungsmanöver würde ich meinen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass in Ihrem Antrag kein einziges Mal Pestizidreduktion vorkommt? Ich appelliere zum Abschluss gerade an die Grünen. Warum stellen Sie sich gegen die Interessen Ihrer Wählerinnen und Wähler? Warum schließen Sie sich nicht uns an, der Sozialdemokratie, stimmen unseren Antrag zu? Somit würden Sie mehr an biologischer Landwirtschaft haben, mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft und auch den Erhalt der Artenvielfalt. Und weil der Erhalt der Artenvielfalt so eine zentrale Rolle in unserem Ökosystem spielt, stelle ich nun folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Cornelia Ecker, Klaus Köchl, Robert Leimer. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird aufgefordert im Rahmen des Programmes für die ländliche Entwicklung bereits während der Übergangsjahre bis zum Beginn der nächsten Periode der gemeinsamen Agrarpolitik der EU eine verstärkte Anreizförderung für landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere in den intensiven Ackerbaugebieten zum Anlegen von Blühstreifen vorzusehen und damit für Schutzräume für Bienen und andere Insekten sowie insgesamt mehr Biodiversität zu sorgen. Dabei ist auch auf eine Nichtbelastung der Blühstreifen durch Pestizide besonders wertzulegen. Und nun noch einen Satz zum Kollegen Ofenauer der ÖVP, der sich vom Rednerpult aus den schönen Sätzen widmet, wie wichtig es ist, Blühstreifen und wie wichtig es ist, die Artenvielfalt zu erhalten in Österreich. Stimmen Sie diesem Antrag zu, denn es ist leicht hier zu stehen und blumige Worte zu finden und im Ausschuss dann alles abzulehnen und vertagen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Applaus Daniela Ecke war das von der SPÖ mit einer Kritik in Richtung ÖVP. Daniela Ecke Daniela Ecke